Test, 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 test. Boah! Ist das geil! Boah, ich liebe Techno, Alter! Hey Freunde, willkommen bei KnoppelTV in der Bretterbude. Wir ändern uns. Nee, nicht wir ändern uns. Ja, vielleicht sollte ich mich in mancher Beziehung auch ein bisschen ändern. Aber Menschen sind ja, wie sie sind. Willkommen bei KnoppelTV in der Bretterbude. Wir nähern uns jetzt langsam dem Ende. Zu diesem Projekt. Wir haben noch zwei, drei kleine Sachen. Na, eigentlich bloß noch eh eine kleine Sache. Die aber eine große eigentlich ist. Und zwar betrifft das den Tacho. Ich habe ja noch keinen Tacho dran. Ich habe noch kein Drehzellmesser dran. Beides soll da aber verbaut werden. Aber wie das ganze Mobilteil so ist, auch das soll speziell sein. Also eine Geschichte, die ich selber noch nie verbaut habe. Und daher habe ich mich hier für COSO entschieden. Das Cockpit soll eingebaut werden, eingebaut werden, angeschlossen werden. Und ja, ich werde mal schauen, ob ich das hinkriege, wie ich das hinkriege. Guckt mir auf die Finger. Wir gucken mal, was hier aus der ganzen Nummer wird. Aber jetzt stelle ich euch erst mal dieses Teil von COSO vor. Ich habe mir bei Amazon diesen COSO-Tacho gekauft mit der Bezeichnung DB01RN. hat mich gekostet knapp 140 Euro. Und der ist halt rein digital. Und ich wollte den mal verbauen, obwohl ich Panik vor dem Verbau habe, weil ihr seht, da sind viele, viele Kabel. Ganz viele Kabel. Und noch mehr Kabel, die irgendwie angeschlossen werden müssen. An meine Simson oder an Poli Simson. Und das ist natürlich eine Herausforderung für jemand, der mit Elektrik nicht so bewandert ist. Aber ich denke mal, kriegen wir gepacken. Was haben wir? Wir haben natürlich erst mal das Instrument an sich selber. Wir haben hier zwei Halter für den Geschwindigkeitssensor, den ich irgendwo verbauen muss. Wo, weiß ich noch nicht. Wird sich aber auch finden. Dann haben wir hier noch ein paar Kabel. Wir haben hier eine Längerhalterung, die an den Tacho rankommt. Und den Hauptkabelstrang halt. Das ist also im Lieferumfang dabei. Dazu natürlich hier noch ein paar Schräubchen und Schlüsselchen. Und ja, das ist das, was ihr jetzt in diesem Set zusammenbekommt. Und was ihr dann irgendwie verbauen müsst. Was ihr dazu noch bekommt, ist, was sehr schön ist, und zwar eine Anleitung. Anleitung, 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 Anleitung. Ja, ja, ist alles deutsch. Da ist mal nichts. Ist ganz gut, okay. Ja, also, das wird eine sportliche Nummer werden, die ganze Geschichte hier in die Simi einzubauen. So, was kann dieser Tacho? Der kann relativ viel. Und zwar, lass uns mal lesen. Der kann Fahrtrichtungssignallampe links, Fahrtrichtungssignallampe rechts, Fernlichtlampe, also Scheinwerfer kann er mir anzeigen, Öllampe kann er mir anzeigen, die werden wir natürlich nicht belegen. Neutrallampe, sprich Leerlaufstellung. Habe ich auch keinen Sensor eingebaut im Motor, wird also auch nicht belegt. Kraftstofftank könnte er anzeigen, wenn ich denn einen Sensor verbaut hätte. Dann Motorlampe natürlich. Wassertemperatur. Ja, die werden wir natürlich anschließen. Nee, natürlich nicht. Ich habe ja keine Wasserkühlung. So, dazu kommt dann natürlich noch auf jeden Fall Drehzahlmesser und der Tacho. Also die Sachen, die ich anschließen kann, die werde ich hier auch belegen oder möchte ich gerne belegen. Ist also Blinker links, Blinker rechts, Scheinwerfer, Lichthupe ist mit Scheinwerferkontrolllampe verbunden, Drehzahlmesser, Tacho und die Zündung an sich. Also, ich sage mal, 50% der Möglichkeiten werden wir jetzt hier ausnutzen. Und das möchte ich jetzt dann alles in die Simi verbauen. Frage ist natürlich, wo baue ich das Ding an? Die erste Überlegung meinerseits war natürlich, na, da ist ja ein Halter dazu. Hier eine schöne Klemme für den Lenker. Kannst du ja ranklemmen. Muss man nur hier hinten auf diese Halterung. Das kann man hier abziehen. So, die ist auch umgelagert. Kann man da ja anbauen. So, hier ranklemmen und dann steht es am Lenker, gut, hoch. Ja, und genau das ist auch das Problem, es steht hoch. Und ich kriege diese Klemme auch nicht verbaut durch meine CNC-gefräste Gabelbrücke. Zeige euch gleich. So, ich habe jetzt mal die Halterung, die dazu ist, angeklepst. Man könnte die natürlich schön da oben hoch machen. Mal jetzt ehrlich hier. Äh, ne, 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 ne. Das geht so ja nicht. Das geht ja nicht. Erstmal müsste ich hier meine schöne Klemmbrücke wegmachen und wieder auf Standard umrüsten. Telefon. Und außerdem, wenn ich die da oben dran habe, ja, sind wir mal ehrlich, wenn ich schnell genug fahre, bei der Form vor dem Tacho, könnte das als Flügel wirken und ich hebe ab. Ne, das geht ja nicht. Also, hat sich Knoppi was anderes überlegt. Der hat sich nämlich schon einen Halter gebaut, jetzt ohne euch. Müsst ihr entschuldigen. Ist halt so. Das ist mein Halter. Und der Halter kommt hier rauf. Mal gucken, dass ihr das halt richtig sehen könnt. So, der kommt so rauf. Hier unten kommen dann die Gummipuffereien, die in dem Originalen Halter verbaut sind. Und dann soll der Tacho hier unten reinkommen. Der schlägt auch nicht gegen den Tank, in der Gelenke. Und, äh, ja, da soll der rankommen. Und da werde ich den jetzt auch erst mal montieren. Gucken wir mal, wie das da unten aussieht. So, jetzt haben wir den Halter hier festgeschraubt, mit einer Gewinnestange halt. Habe ich sie da, ähm, befestigt. So, jetzt kommt der Tacho hier rauf. Ja, ist doch gut. Ist hier nur Platz dazwischen. Hätte vielleicht noch ein bisschen dichter nach oben ran. Die kommt. Äh, ja. So richtig gefällt mir das jetzt nicht. Scheiße. Ach, das ist doch kacke. So viel Mühe gegeben jetzt hier. Ich hätte den noch weiter hoch machen müssen. Aber, ey, ich hab da jetzt kein Bock mehr. Das muss ja jetzt so bleiben, wenn ich endlich da nochmal rumfeiern. Bleibt so. Ja, so, nachdem ich das mit der Halterung geklärt habe, äh, ja, ist gut dran. Aber wie gesagt, 100%ig gefällt es mir nicht. Aber jetzt bleibt der Böcke erst mal so hier. Lass das jetzt so. Muss ich wohl oder übel jetzt das Ding strippen. Wieder mal. Ich muss hier an den Rahmen rankommen und muss die ganzen Baukomponenten anmachen. Muss also den Tank runter machen. Seitendeckel müssen raus. Und um den Tank runter zu machen, muss ich die Sitzbank abmachen. Um die Sitzbank abzumachen, muss ich den Kennzeichenhalter abbauen. Um den Kennzeichen abzubauen, muss ich den neuen Kennzeichen abbauen. Nur in der Reihenfolge kriegt er alles durch, äh, 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 alles demontiert. Dann, um die Kennzeichenhalter zu öffnen, muss ich den Auspuff abnehmen. Die linken Seitendeckel, ja, den krieg ich tatsächlich raus, ohne jetzt irgendwas zu demontieren. Das funktioniert. Achso, ja, Scheinwerker muss ich auch wieder demontieren, weil ich ja vorne an die Blinker ran muss. Obwohl, wir haben hier noch einige Kontroll-, äh, einige Kabel von diesem Einstrang-Kabelbaum für Drehzahlmesser und für Tacho. Die könnte ich wahrscheinlich benutzen und anzapfen als Basis. Aber, die sind alle unter dem Tank. Also, muss hier oben alles runter. Ja, gut. Okay. Freunde, ich werde mal ein bisschen spielen und das Ding schon wieder mal strippen. Geht los. Ich kann jetzt, so gut dann jetzt jetzt mal hier als theoretische kappe ein bisschen rumgeblättert hier ein bisschen auseinander ist beispiel ist die möchten die drehzahl signal mit dem aufnahmesignal verbinden und es gibt 13 schwungradsignale probendrehungen keine ahnung es ist kompliziert aber ich will mich mal nicht kürre machen lassen wir fangen mal vorne an und nicht mittendrin und vorne an heißt wir kümmern uns erstmal darum erstmal muss das ding strom kriegen so wie kriegt er strom er kriegt jetzt hier mit dem roten kabel das musik an die batterie anschließen an plus anschließen also direkt an die batterie das ist also entzielt rote kabel das brauche ich dann brauche ich braune kabel braun der positive draht muss mit dem hauptstrom schalter verbunden werden das heißt also kommt ein zündschloss sprich braun das ist grau das nicht der braune wird braune hier der musik an zündschloss machen und zwar wenig auf stufe eins schalte muss hier strom drauf sein und hier ist dauer plus wahrscheinlich damit er seine eigentlich bespeicherten werte und so weiter nicht verliert so ditte und dann haben schwarz schwarz haben wir hier muss an batterie minus das ist ja nicht so kompliziert und damit fangen wir auch jetzt erst mal an dass wir jetzt hier die drei sachen verkabeln werden heißt also der rote hat mal gesagt also hier ist der rote hier der rote kommt an zündschloss plus ne der rote kommt an batterie dauer plus so der braune kommt an zündschloss plus schwarz an masse sprich batterie masse und wenn ich das angeschlossen habe dann sollte hier mein dann sollte mein cruso auch spannung bekommen und die ersten lebenszeichen von sich geben gucken wir mal so freunde gut also step 1 ist das rote kabel anschließen der schwarze kabel und braune kabel anschließen so damit kurs so heißt ja ja so heißt damit kursum und saft versorgt wird dafür schließlich der rote kabel dafür schließlich der rote kabel hier ein plus ein in dem fall werde ich hier einfach hier unten an die sicherung gehen hier ist noch ein steckkontakt aber vor der sicherung werde ich daran gehen dass er dauerhaft strom bekommen nicht dass die sicherung wenn man durchfliegen sollte aus irgendwelchen gründen und der tacho abstürzt und ich alles neu programmieren muss deshalb dauer plus vor der sicherung dann schwarz schwarz war masse dauermasse an die batterie ok auch kein problem und den braunen der ja ein zündschloss an plus geschaltet wird den werde ich hier auf diesen kontakt setzen da wiesig aber nicht welche nummer das ist auf dem zündschloss weil zeig euch hier oben habe ich eine lampe zu liegen jetzt ist zündung aus passiert nichts jetzt ist zündung an und da habe ich jetzt safthof und so soll dann auch sein so und da die kabel hier ein bisschen zu kurz sind muss ich mir jetzt erstmal hier neue die drei kabel alle verlängern durch nur schöne kabel tülle ziehen und anschließend machen wir im nächsten step gucken war ob der funktioniert leuchtet oder ob der explodiert so jetzt haben wir hier die drei kabel zusammen gemacht ich habe die unten am zündschloss hier festgemacht wie ich euch gezeigt habe rot ein dauer plus dem braun an zündschloss und schwarz an dauer minus zusammengelötet und jetzt zeig euch mal moment ich muss die kamera hochdrehen achdo mo incarnation okay also nicht explodiert sonnt ist dar erster schritt erledigt jetzt würden die ganzen komponenten angeschlossen werden Oh, oh, das wird immer spaßig. Aber ob ich das heute schaffe, weiß ich nicht, weil... Die Bretterboden ist voll, sagt man auch was. Hallo. 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 Ah, Gwenni auch da, ja. Reicht. Gut, okay, reicht. Wir müssen jetzt hier weitermachen. So, nachdem wir jetzt gerade mal den Tacho, den Koso-Tacho mit Strom versorgt haben und bereits jetzt hier total Chaos herrscht, widmen wir uns jetzt mal den nächsten Schritt. Und zwar würde ich mal sagen, wir gucken uns jetzt mal den Drehzahlmesser an. So, und um den Drehzahlmesser anzuschließen, sagt Koso, gibt es drei Möglichkeiten und die sondieren wir jetzt mal ein bisschen näher. So, um den Drehzahlmesser anzuschließen, brauchen wir hier dieses Kabel, braun-rot. Bei mir ist es jetzt nur rot, aber es ist zu erkennen, weil es das einzigste Kabel ist, wo dieser Steckkontakt vorhanden ist. Das ist die Basis, um die Drehzahl an den Tacho, an den Koso-Tacho anzuschließen. So, da gibt es jetzt, wie gesagt, drei Versionen. Das sehen wir jetzt hier unten in dem Bereich. Und zwar gibt es die Version A, das ist hier oben. Da gibt es auch dieses Zubehörteil, wird mitgeliefert, das ist dieser Kabelstrang, hier mit diesem Abzweig. Version A ist also, dass ich hier zwischen die Zündspule gehe und dort das Signal abgreife. Version 2, also B, wäre jetzt hier, dass ich direkt an den Sensor, an der Grundplatte rangehe. Version B, dort das Signal abgreife. Da gibt es auch ein entsprechendes Kabel, das ist einfach nur hier ein Kabelschuh und ein langes Kabel. Oder Version C, dass ich das Signal vom Drehzahlmesser abgreife. Da ich kein Drehzahlmesser verbaut habe, entfällt natürlich Version C. Das ist natürlich die optimale Version. Also muss ich auf Version A oder B zurückgreifen. Also entweder das Kabel abgreifen, also das Signal von dem Kabel abgreifen zwischen der Zündspule oder vom Sensor. So, und jetzt gucken wir uns mal die Geschichte bei der WAPA an. Wenn ich mir jetzt hier die WAPA angucke, ich habe jetzt hier vier Kabel, die rauskommen. Das ist ein gelbes, das ist ein gelb-rotes und ein rotes, sowie ein weißes. Dieses weiße Kabel ist vom Sensor im Prinzip und signalisiert immer ganz exakt, wenn der Motor praktisch eine Umdrehung gemacht hat. So, und dieses Signal würde ich abgreifen wollen. So, und das weiße Kabel geht von hier, das ist jetzt hier drauf nicht zu sehen, geht aber an die Zündspule und genau dort werden wir das Signal abgreifen, an diesem weißen Kabel. So, und dafür habe ich im Netz hier nochmal ein bisschen was gefunden. Und zwar, hier sehen wir die Belegung, die Kabelfarben von der WAPA-Zündung und hier sehen wir, dass das weiße Kabel vom Zündimpulsgeber kommt. Und da müssen wir das Signal abgreifen. So, das heißt also jetzt hier, ich muss also erstmal jetzt den Kabelstrang finden, der aus der WAPA jetzt in den Herzkasten geht. Und das ist dieses Kabel. Und da sehen wir auch schon das weiße Kabel. Und dieses weiße Kabel, da muss ich jetzt ran und greife das Signal vom Sensor praktisch ab, wie oft die Zündung ausgelegt wird oder ausgelöst wird und kann das dann praktisch in den Kose-Tacho führen. Das heißt also jetzt hier erstmal den Zündschloss wieder ausbauen, dass ich da hinten überhaupt rankomme. Oh mein, ey. Ja, was mutt, das mutt. So, nachdem ich jetzt hier das Drehzahlsignal abgegriffen habe von dem weißen Kabel, was von der Grundplatte kommt, sollten wir jetzt eigentlich ein Signal haben, damit der Tacho Drehzahl anzeigt. Okay, prüfen wir mal. So, um das zu prüfen, muss ich natürlich das Moped anschmeißen. Ja, dann machen wir mal. Schockruf, Benziner brauche ich nicht aufmachen, ist ja kein Tankruf, aber das ist nur Restbenzin im Vergaser, das sollte reichen. Nehmen wir eine Zündung an. Mäuse Kilo, geil. Zahlt sogar die Spannung an, 12 Volt hat er gerade angezeigt. So, jetzt müsste eigentlich hier ein Band entstehen oder anzeigen, welche Drehzahl ich habe, sofern ich es richtig angeschlossen habe und sofern das Moped jetzt anspringt. Gut, ich würde mal sagen, das funktioniert. Aber der Auspuff ist sehr laut. Achso, weil er hier runterhängt. Ja, der ist nicht richtig fest. Ja, gut. Also, das funktioniert jetzt auch. Also, ich denke mal, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben jetzt erstmal die Stromversorgung sichergestellt und wir haben sichergestellt, dass der Tacho angeht, wenn ich die Zündung annahle. Und wir haben ein Drehzahlsignal. Als nächstes machen wir jetzt Scheinwerferkontrollleuchte, Blinker links und Blinker rechts. Und dann im Anschluss natürlich, auf jeden Fall ist ja ein Tacho, müssen wir uns noch um das Tacho-Signal kümmern, um den Sensor. Das wäre, hier ist er. Diese Geschichte machen wir jetzt zum Schluss. Also, jetzt erstmal Scheinwerferkontrollleuchte, Blinkerkontrollleuchte links, Blinkerkontrollleuchte rechts. Okay, das machen wir jetzt. Und um Scheinwerfer, Blinker links und Blinker rechts zu verbinden, brauche ich jetzt hier diese drei Kabel. Das ist Orange, Gelb und Blau. So, Blau ist, glaube ich, Blinker links. Moment, ich muss nochmal gucken. Orange ist Blinker links, Blau ist Blinker rechts und Gelb ist Fernlichtlampe. Fernlichtkontrollleuchte. Also, gucken wir uns jetzt erstmal nur die Blinkergeschichte an. Und wir haben ja diesen Züller-Einstrangkabelbaum hier verbaut. Und da habe ich ja sowieso hier diese Blinkerkontrollleuchte. Das heißt also, ich muss jetzt hier nur den linken Blinker verbinden und den rechten. Heißt also schwarz-weiß auf orange und schwarz-grün auf blau. Das ist der rechte Blinker. Ja, das ist ja relativ einfach. Ach, also die nutzen wir auf jeden Fall jetzt dafür. So, jetzt gucken wir mal. Blinker rechts. Ja, guck mal hier, da leuchtet sehr schön. Und Blinker links. Yippie! Yay! Geht auch. Und jetzt machen wir den Scheinwerfer als nächstes. Um den Koso-Tacho jetzt mit der Scheinwerferkontrolle zu verbinden, brauche ich jetzt hier gelbe Kabel aus dem Kabelbaum vom Koso-Tacho. Und das werde ich ganz einfach verbinden. Und zwar habe ich ja hier auch noch zwei Kabel, die eigentlich für ein Drehzahlmesser sind. Und im Drehzahl bei der Simson ist die Scheinwerferkontrolleuchte. Das heißt also, einer von diesen beiden Kabel, grau, rot und weiß, ist für die Beleuchtung Drehzahlmesser und der andere ist für die Scheinwerferkontrolleuchte. Und ich sage euch, der weiße ist für die Scheinwerferkontrolleuchte. Das heißt also, ich muss den gelben jetzt nur mit dem weißen verbinden. Und dann sollte mir der Koso-Tacho auch anzeigen, wann ich Scheinwerfer einschaltet habe und wann nicht. Und damit wäre das auch erledigt. So, Zündung ein. Mäusekino startet. Blinker rechts funktioniert. Blinker links funktioniert. Jetzt machen wir Licht an. Und Scheinwerfer. Ja, geht auch. Sehr geil. Cool. Achso, geht das Blinklicht auch noch? Ja, funktioniert auch noch. Sehr schön. Gut, das haben wir erledigt. Als nächstes müssen wir uns jetzt mit dem Tacho beschäftigen. So, um das Signal vom Tacho abzugreifen, haben wir hier diesen Sensor. Und glücklicherweise ist dieses Kabel auch relativ lang. Also ist jetzt, denke ich mal, ein Meter lang, was ganz okay ist. Ich brauche also irgendwo einen Punkt, wo ich ein Umdrehungssignal abgreife für diesen Sensor, damit sich der Koso-Tacho ausrechnen kann, wie schnell ich fahre. So, und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich kann das Signal abgreifen am Vorderrad. Ich könnte es am Ritzel abgreifen oder am Hinterrad. So, am Vorderrad werde ich es nicht abgreifen, weil da bleiben hier nicht allzu viele Möglichkeiten. Außerdem taucht die Telegabel ja immer ein. Und wenn ich dann dieses Kabel da habe und die Telegabel so läuft, das ist irgendwie... Näh. Näh. Gefällt mir nicht. Am Ritzel habe ich auch keine Möglichkeit, weil ich hier einen durchsichtigen Plexiglasdeckel rechts dran habe. Ritzel wäre eigentlich relativ cool, um das Signal abzugreifen, aber wie gesagt, funktioniert jetzt hier nicht wegen dem transparenten Seitendeckel. Also bleibt mir eigentlich nur das Hinterrad übrig. So, und vom Hinterrad muss dieser Sensor in regelmäßigen Schritten ein Signal abgreifen, was ich dann im Tappen programmiere, damit er mir die richtige Geschwindigkeit anzeigt. Koso sagt, pro Umdrehung des Rades maximal 20 Signale. Das heißt, ich hatte eigentlich vor, das hier nochmal am Ritzel anzubringen, hinten am Kettenradblatt. Das ist ein 36er. Heißt also 36 Zähne, die der Sensor erkennt. Und dann kann er sich ja rechnen, wie schnell das Moped fährt. Funktioniert aber nicht, weil Koso sagt, maximal 20 Signale. Also muss ich mir eine andere Möglichkeit überlegen, wo ich diesen Sensor anbringe. Da bleibt eigentlich nur das Kettenrad an sich übrig, aber ist auch ein bisschen schwierig, weil in dem Kettenrad sind Löcher reingefräst, die nicht gleichmäßig sind. Und aus diesem Grunde kann dieser Sensor die Signale nicht korrekt empfangen. Also wenn, da muss das Kettenblatt oder wenn ihr eine Scheibenbremse zum Beispiel habt, bei der Scheibenbremse geht es auch, dann müssen diese Aussparungen, die da drin sind, immer regelmäßig sein. Ich zeige euch das mal. Hier ist zum Beispiel das Beispiel Scheibenbremse. Hier sieht man, das funktioniert zum Beispiel, weil die Scheibenbremse hier gleichmäßige Aussparungen hat. Diese Art der Scheibenbremse funktioniert leider nicht, weil die unregelmäßige Löcher hat oder Aussparungen hat. Dasselbe ist hier mit dem Kettenrad. Bei gleichmäßigen Aussparungen funktioniert es, bei ungleichmäßigen Aussparungen nicht. So, und jetzt ratet mal, wie mein Kettenrad aussieht. Ja, Kettenrad ist wohl unregelmäßig. Also muss ich mir irgendwas einfallen lassen, wie ich gleichmäßige, regelmäßige Signale an diesen Sensor bekomme. Und das weiß ich jetzt noch nicht, wie ich das mache. Da muss ich jetzt erst mal ein bisschen schauen, aber ich denke mal, mir wird da irgendwas einfallen. So, ich habe jetzt den Sensor erst mal jetzt hier angebracht, mit diesem mitgelieferten Halter am unteren rechten Stoßdämpfer. Und habe den jetzt einfach mal hier angebracht, in der Hoffnung, dass das funktioniert und dass er hier diese Stege, die hier sind, dass er die aufnimmt. Und der Sensor reicht leider leicht über diese Aussparungen hinweg, in Richtung Zähne, wo ich nicht weiß, ob das eventuell das Signal stört. Ich kann ihn auch nicht weiter verstellen, weil dann kommen hier diese Schrauben, die die Kettenblatt festhalten, in die Quere. Die könnte ich natürlich notfalls auch nehmen, als Markierung für den Sensor, das wäre Version 2. Ja, ich würde mal sagen, wir probieren mal und gucken mal, ob er ein Signal empfängt. Dann machen wir mal die Zündung an. Hey, Mäusekino, geil. So, und wir drehen mal das Hinterrad. Ja, geil, der zeigt was er an. Cool. Der ist natürlich jetzt nicht richtig, was er anzeigt, weil ich muss dem Koso-Tacho jetzt noch sagen, wie viele Sensorpunkte er hat. Das sind also jetzt vom Kettenblatt, das sind jetzt 10 Stege, die er da zählt, pro Umdrehung. Und ich muss ihm noch sagen, wie groß der Umfang vom Hinterrad ist. Also wie hoch es, wie viel Zentimeter liegt zurück oder Meter liegt zurück pro Radumdrehung. Das muss ich ihm noch sagen. Dann zeigt er mir auch die richtige Schwindigkeit hier an. So, im nächsten Schritt habe ich jetzt erstmal den Abrollumfang vom Hinterrad ausgemessen. 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 170, 174 Zentimeter bzw. 1740 Millimeter. Diese Zahl ist wichtig und die Sensorpunkte, die der Sensor hier hinten empfängt vom Kettenrad, das waren 10. Diese beiden Sachen sind wichtig, um den Koso-Tacho zu programmieren. So, Freunde, nachdem wir jetzt die ganze Geschichte angeschlossen haben, wird es jetzt nochmal spannend, weil wir müssen den Teil jetzt noch programmieren in Form von Uhrzeit, in Form von Reifenumfang, in Form von Sensorpunkten, betreffend Drehzahlmesser. Und das werden wir jetzt nochmal kurz machen, bzw. ich habe es jetzt schon eingestellt, aber ich zeige es euch nochmal, wie es geht, weil ich habe jetzt wirklich eine ganze Weile rumgefummelt. Und dafür machen wir jetzt erstmal die Zündung an, klar, ihr seht, es ist spät am Abend, 21.56 Uhr, Samstagabend, alter Schwede, ey, normalerweise liege ich jetzt schon lange am Bett. So, jetzt gucken wir mal, jetzt drücken wir hier beide Knöpfe, so, jetzt haben wir hier Sensorpunkt 1, eine Anleitung, Einstellung von Umfang und Tastpunkte. Das ist also für die Geschwindigkeit wichtig. So, wenn ich jetzt hier drücke, war das falsch, Moment, ich muss zurück zu 1, da ist 1. Jetzt bestätige ich hier, ja, 1 will ich haben und jetzt kann ich hier den Reifenumfang eintragen. Er ist bei mir jetzt 1740 mm. 1000, nächste Zahl, 700 bleibt, das bleibt auch, das bleibt auch mit dem Knopf, kann ich das verstellen. So, und jetzt komme ich hier auf die Sensorpunkte. Ich habe jetzt bei mir, also maximal 20 Sensorpunkte können festgelegt werden. Ich habe bei mir im Kettenblatt 10 Stege, also habe ich 10 Sensorpunkte, die ich jetzt hier eingebe. Nicht 20, 20 kann man maximal eingeben. So, und hier kann ich es jetzt hinten verstellen. Die Zahl, das machen wir hier wieder 0 und bestätigen. So, und damit ist jetzt praktisch der Tacho eingestellt. Halt, schon wieder falsch gedrückt. Jetzt gucken wir mal, Menüpunkt 2. Menüpunkt 2 ist... Drehzahl-Impulse-Einstellung. So, und da wir hier ein Zweitakter haben, das heißt also, bei jeder Umdrehung, wir haben hier das Kabel an den Sensor von der Zündanlage unten gemacht, bei jeder Umdrehung misst ihr einmal, oder löst ihr einmal aus, haben wir hier, müssen wir 1 einstellen, das Umdrehungssignal pro Zündung. Ja, ach, jetzt ist es hier wieder weg. Da haben wir jetzt hier 1 zu stehen, und da könnten wir jetzt natürlich 2 einstellen, 3 einstellen. 3 wäre jetzt in dem Fall hier eine Umdrehung pro 3 Zündung. Ist natürlich Quatsch beim Zweitakter. Wir haben eine Umdrehung pro Zündung. So, jetzt muss ich erstmal wieder auf 1 kommen. Oh Gott, wie viele Zylinder sind denn hier drin? Hallo? Jetzt. Okay. So. Wartet, jetzt ist wesentlich. Das sind die maximalen Umdrehungen, die angezeigt werden. Da könnten wir wahrscheinlich nochmal ändern. Genau, auf 12.000. Mehr dreht der Motor sowieso nicht. So. Gut. Nummer 3 ist. Wäre jetzt für den Kraftstofftank die Widerstandseinstellung. Brauchen wir jetzt aber nicht. Weil haben wir ja nicht. So, die 4 ist die Ureinstellung. Jetzt haben wir 22 Uhr, die kann auch so bleiben. Und so kann ich mich im Prinzip durchs Menü durchführen. Jetzt habe ich gerade 5 Einstellungen. Hintergrundbeleuchtung oder Hintergrundhelligkeit. Kann ich hier nochmal ändern. Moment, ich muss wieder zurück zur 5. So, jetzt kann ich hier die Helligkeit ändern. 1, 2, 3, 4, 5. Und so weiter und so weiter und so fort. Und so kann ich jetzt den Koso-Tacho einstellen, programmieren. Und jetzt bleibt es natürlich bloß noch zu testen, ob der Tacho vernünftig läuft. Ich kann mein Hinterrad drehen. Wie ihr seht, er kriegt also ein Signal. Okay. Und wir müssten jetzt nochmal die Drehzahl testen. Das heißt, dafür schmeißen wir ihn jetzt nochmal an. Und wir werden mal auch die Gänge durchschalten. Und wir werden mal auch die Gänge durchschalten. So, ihr seht, es funktioniert. Das Klappergeräusch hat damit zu tun, dass der Auspuff nicht richtig fest ist. Der klappert gerade. Jo, Freunde. So viel zum Thema Verbau vom Koso-Tacho einer Simson. Ihr habt hier sehen, es funktioniert. Ich kann ihn also benutzen. Ich werde jetzt natürlich im Nachgang noch die Kabel alle ordentlich verlegen. Ich werde natürlich den Tank wieder aufbauen. Sitzbank, Rücklicht und so weiter und so fort. Ist ein bisschen Schraubearbeit. Auspuff muss wieder ordentlich angebracht werden. Und dann, ja. Dann ist es soweit. Dann werde ich das Moped mal fahren. Und darauf bin ich sehr gespannt. Und ihr wahrscheinlich auch. Da freue ich mich schon sehr. Und ich hoffe, dass ich es heute noch schaffe, weil es ist spät am Abend, wie ihr gerade gesehen habt. Und ich würde mich freuen, morgen fahren zu können. Und wenn ich das mache, seid ihr natürlich dabei. Jo, ansonsten bleibt mir nicht viel mehr zu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir reichlich in die Kommentare. Lasst mir einen Daumen da. Bleibt mir treu. Bis dann bei KnoppeTV in der Bretterbude. Macht's gut. Tschö mit euch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.